Buenas noches, was so viel heißt wie schöne Nocce, Marc Weinfeller und ich darauf zwei Expressi. Guten Abend, liebe Freunde. Wir melden uns vom glorreichen, vom legendären, vom epischen Camp Nou, das ehrlich gesagt von außen gar nicht so geil aussieht, finde ich, aber die inneren Werte, das ist wie in der Liebe. Die inneren Werte sind das, worauf es ankommt und im Inneren durften wir uns gerade schon mal kurz aufhalten und Marc, es ist schon imposant, oder? Das war schon fast ein magischer Moment, würde ich sagen. Man kennt es ja als Kind, wenn man ins Stadion reingeht, zum ersten Mal das sieht, es ist schon sehr gut, da war es gerade die Mannschaft weg, Teile der Mannschaft. Da fährt gerade Oliver Glasner und Kevin Trapp vorbei im Hintergrund, aber er wollte auch nicht mitmachen heute Abend. Auf jeden Fall, wir waren gerade drin und es wird super. Also der Gäste-Fan-Käfig ganz oben sozusagen in Etage 17 ist ein bisschen schwierig, aber das schön ist ja, ihr werdet ja morgen nicht nur da sein, sondern ihr werdet überall sein. Aber zunächst mal reden wir über das, was heute war, Marc, bevor wir auf morgen gucken. Was war denn heute? Mittwoch? Heute war, uh, ich weiß es gar nicht, ich habe so ein bisschen das Zeitgefühl verloren. Euch geht es wahrscheinlich ähnlich. Auf jeden Fall war es du, Marc Weidenfeller. Marc Weidenfeller war heute im Heiligtum des FC Barcelona bei der Pressekonferenz und hat Xavi geduzt und ihm eine Frage gestellt. Hallo Xavi, habe ich gesagt. Hallo Xavi hast du gesagt. Bucket list. Tatsächlich beim FC Barcelona, La Masia kennt man ja noch, aber ich bin schon in der Insta-Store, ich bin ja auch mal kurz angeguckt, gesagt, da wurde unter anderem der kleine Lionel, das war so klein, weil mittlerweile ist er immerhin so groß, wurde er ausgebildet zu einem vielleicht den besten Fußballer, darüber können wir eine einzelne Folge machen, wer der beste Fußballer aller Zeit war, das würde jetzt ausschweifen. Haben wir kurz das Training angeguckt bei sehr, 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 sehr schlechtem Wetter und danach war die PK mit Xavi und mit García, die über das Spiel geredet haben und da kommen wir nachher noch mal drauf zu sprechen, glaube ich, die schon beeindruckt waren, die ein bisschen Angst haben vor der Eintracht, oder Angst rechtlich? Sie haben Respekt vor der Eintracht, vor der Vorgehensweise der Eintracht, dass sie im Hinspiel schon so frühes Gegenpressing gemacht haben, dass sie voll dagegen gehalten haben, haben sie auch fast schon ein bisschen überrascht und Barca nimmt die Eintracht offenbar ernst. Ob das ein gutes Zeichen ist für den Wolfmeister? Wobei die ja auch gesagt haben, Euroleague ist jetzt so, naja, geht so. Das hast du nach wie vor auch ein bisschen ausgehört. Also ich bin nach wie vor extrem hibbelisch und viele von euch habe ich ja auch heute Mittag in der Stadt gesehen, waren ein bisschen unterwegs in der Innenstadt, Mercado nicht zentral, da hast du ja in mir auch ein Aumbar gemacht. Gerade eine Chorizo. Auf jeden Fall waren wir unterwegs und was soll ich sagen, also es hatte heute schon ein Matchday-Feeling, ganz ehrlich. Wie viele von euch Bekloppten sind eigentlich schon hier, auf welchen Wegen und was war heute schon bitte schön los in der Innenstadt von Basel? Das war unfassbar und wenn ich das hochrechne, wenn ich das potenziiere, dann sind hier, glaube ich, morgen eher 50.000 als 20.000 Frankfurter. Es war wirklich sensationell. Schreibt mal rein, wie es euch geht, in die Kommentare. Wo seid ihr? Seid ihr noch auf dem Weg? Seid ihr schon hier? Wo treffen wir uns morgen Mittag? Ganz wichtig. Und wenn ihr hier seid, lasst auch ein Like da, das hat mir Jan nochmal aufgetragen. Und guckt auch das Video von gestern und das Video von morgen. Macht, was Jan sagt. Seid so cool wie Jan es ist. Ja, also das war heute so ein bisschen der Tag. Gerade waren wir hier bei der Pressekonferenz, haben Kevin Krabb und Oliver Glasner noch ein paar abschließende Fragen gestellt. Und Marc, mit Blick auf morgen. Was sind für dich die entscheidenden Positionen? Was sind die entscheidenden Momente? Was wird dieses Spiel morgen entscheiden? Also erst mal entscheidend, glaube ich, aus Sicht der Eintracht ist das Knie, die Kniezerrung. Meine Verletzung, die ich bis vorgestern noch nicht kannte, von Jibril Sow. Weil ich glaube, es wäre schon sehr wichtig. Ich glaube nicht, ich weiß, es ist sehr, sehr wichtig für die Eintracht, wenn Sow spielt, weil er einfach dieser Spielgeschalter ist. Er hat die Ruhe, das Spiel schnell zu machen, weiß aber, Ruhe, das Spiel langsam zu machen. Der Taktgeber, der Taktgeber. So und jetzt? Spielt er oder spielt er nicht nach deinem Grund? Das hört sich ein bisschen, er hat nicht trainiert heute, er hat nur individuelles Programm gemacht. Wie gut, wie gut. Und morgen früh nach dem Aufstehen soll entschieden werden, wie es geht. Ich hoffe, er hat eine gute Nacht, nicht so wie du. Er will aber auch nicht acht Chorizzas essen und keine fünf Bier trinken. Von daher bin ich eigentlich optimistisch, dass es ihm morgen gut geht und dass er, guck dir das Stadion an. Ich meine, du bist Fußballer, dann denkst du aber nicht an eine Kniezerrung. Deswegen sage ich, Sow spielt. Ja, ich habe meine Bedenken ehrlich gesagt. Ich fände es aber auch insofern, ja, nicht zweit, nee, es ist scheiße. Ohne Sow wird scheiße. Das ist so. Aber es ist ja nicht so, dass die Eintracht keine Chance hätte, denn Barca hat auch Probleme, vor allem in der Defensive. Barca ist hinten zurzeit Vogelwild, haben wir am Wochenende gesehen. Was muss die Eintracht morgen tun, um diese wacklige Barca-Defensive da auch tatsächlich zu bezwingen? Mut, Tempo, sind das die Faktoren? Ja, sie müssen genauso spielen wie im Hinspieler. Oliver Kassler hat gesagt, um seine Steigerung von Fantastisch her, Fantastischer her, müssen sie spielen. Die müssen wieder mutig sein, die müssen wieder vorne drauf gehen, die müssen sie wieder ärgern, die müssen sie nicht ins Spiel kommen lassen. Weil er hat auch gesagt, die müssen Barca da halten, wo sie nicht gerne sind, nämlich in der eigenen Hälfte. Es ist, glaube ich, schwer auf diesem riesigen Platz, aber sie müssen es zumindest versuchen. Also nicht dieses typische Einigeln, wie man oft macht, glaube ich, gegen starke Mannschaften, was die Eintracht aber nicht gemacht hat für die Saison. Das müssen sie wieder machen. Und dann, glaube ich, kann es klappen. Ich glaube auch, dass es klappen kann. Aber auch Trapp und Glasner haben gesagt, es muss viel zusammenkommen. Es ist einfach so. Und Glasner hat gesagt, du musst noch mal besser spielen als im Hinspiel. Das war für mich so ein prägender Satz dieser Pressekonferenz gerade. Weil das Hinspiel war ja schon nah dran am perfekten Spiel. Das heißt ja, dass du morgen noch perfekterer, um den nächsten Superlativ zu benutzen. Ist gar nicht der Superlativ, oder? Egal. Steigerung. Ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt. Aber egal. Schreibt es mal in die Kommentare, wie die Steigerung von, nicht von Superlativ, aber ihr wisst, das Zwischending. Egal. Zum Glück haben wir alle nicht studiert. Also, es muss schon viel zusammenkommen. Aber nochmal, wenn ich das heute sehe und wenn ich diesen Vibe hier in der Stadt spüre und mir vorstelle, was hier morgen los sein wird. Das wird Europa noch nie erlebt haben. Das wird Barcelona noch nie erlebt haben. Alles ist drin. Morgen, 21 Uhr. Ihr könnt euch akustisch live begleiten lassen von Tim Brockmeyer und mir. Tim, kommt mal kurz ins Bild. Und Tim hat gerade schon eine sehr schöne Wortschöpfung für morgen kreiert. Tim, erzähl mal. Ja, wir erwarten hier einen Hessenkessel. So. Einen Hessenkessel morgen. Das ist jetzt schon wirklich, wir haben richtig Bock ab 21 Uhr. Audio, Livestream, hessenschau.de oder bei hr-info. Aber wir sind ja vorher zurück. Morgen sind die anderen Buben aus der Bande ebenfalls in der Stadt. 18 Uhr live. Genau. Wir werden 15 Uhr live gehen bei YouTube. Ich hoffe, ihr seid dabei, oder? Wir sehen uns einfach morgen irgendwo bei Rumble in La Rambla. Let's get ready to Rambla. Also mein Tipp ist, es geht ins Elfmeterschießen und dann Gnade uns der Fußballgott. Deiner? Es waren 12.000 Leute in Bordeaux. Es waren 15.000 Leute in Inter Mailand. Beide Spiele gegen 1 zu 0 aus. Torschütze in Bordeaux, Martin Lanik-Torschütze in Mailand. Jukajovic. Morgen sind es 20.000 hier, also geht es auch 1 zu 0 aus. Torschütze, darfst du sagen? Ähm. Oh. Das dauert zu lang für das Internet. Ich würde sagen, Winström macht es. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Gut, da sind wir uns einig. Oder Bore. Weil einfach, weil er es sich irgendwie verdient hat, weil es eine schöne Geschichte wäre. Namaste. Ihr lasst noch mal die Tipps da. Ihr schreibt, wie es euch geht. Und überhaupt, mir geht es schon mächtig die Düse. Wie geht es euch? Morgen 15 Uhr, YouTube live. Wir sehen uns. Bleibt am Ball. Es wird so schön. Wir freuen uns und versuchen jetzt irgendwann zu schlafen und gehen jetzt arbeiten. So ist es. Hasta, äh, pasta. Adios. Für mich hat es da eigentlich gezeigt, was der Fußball hauptsächlich ist. Sehr, sehr anstrengend. Jeder weiß, was da passiert. Es war ein unfassbares Spiel. Also von der ganzen Dramatik her, äh, unübertroffen, glaube ich. Für mich ist es ein ganz, ganz anderes Gefühl, im Stadion zu sein und diese Emotionalität mitzubekommen. Weil da habe ich so ein bisschen das Gefühl, ich kann wenigstens schreien, ich kann was tun. Ich hatte schon überlegt, was fehlt denn jetzt eigentlich noch? Aber natürlich, da war ja noch dieses kleine Pokalfinale in Berlin.